Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Wir könnten uns eigentlich mal das Schlagerfeuer... Ne, ne gut, sind wir nicht mehr. Das Schlagerfeuer ist ausgegangen. Gut, hat sie erledigt. Dann setzen wir uns hier an den Computer und lesen mal so lange, bis uns der Morgen graut oder bis uns graut vor dem Morgen, je nachdem, wie man es jetzt interpretieren möchte. Wir sehen jetzt gerade nicht besonders viel, daher ist diese Lesegeschwindigkeit eher unter aller Sau. Aber, mei, das hat's halt so das Dunkle an sich. Ähm, you learned recipe Large Cripper. Ja, 6 Uhr morgens ist es mittlerweile. Gut, sehr schön, sehr schön. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal weiter. Stop reading. Droppen wir... Oh, nö. Das ist jetzt aber schnell kaputt gegangen, das Zeug. Ich finde es schon richtig, dass wir es schnell gemacht haben. Also, guck mal, wir haben jetzt schon so viel kaputt. Hä, okay, haben wir wieder einiges Zeug am Wegschmeißen. Das kann ich so überhaupt nicht haben. Zeug wegschmeißen. Ne, ne. Das geht nicht. Gut. Aber wir haben auch, in Anbetracht der Tatsache, dass wir unsere Fabrications gelernt haben, haben wir noch Bajonettes gemacht. Und die tun wir jetzt mal an unseren Mossberg dran. So, jetzt hat unser Mossberg nicht nur ein Band um sich herum, sondern auch einen Auffangsack für die Hülsen und ein Bajonett. Mal sehen, was sich hier in unserer ganzen Sache hier die Angriffswerte verbessert haben. Bashing 12. Average Melee Attack. Bashing 14. Also, Bashing 14 ist jetzt schon mal nicht schlecht, du. Mal gucken. Ja. Es kommt so langsam. Also, unsere Mossberg, die wird jetzt mittlerweile ein guter Vertraut. Also, du, ist jetzt echt nichts, kann man echt nichts sagen jetzt. Also, schon. Das ist durchaus brauchbar mittlerweile. Gut. Aber, was machen wir nun? Wir haben auf unserer Liste einiges an Zeug zu tun. Unter anderem würde ich jetzt auch mal sagen, dass wir uns der Aufmerksamkeit widmen, etwas zu bauen. Daher rammen wir mal das ganze Zeug von A nach B. So. Wird jetzt ein bisschen dauern. Merkt euch die Zahl, es ist 6.50 Uhr. Mal sehen, wie lange sie dafür braucht. Ist das schon 7? Aha. Sie hat eine Viertelstunde für den ganzen Ungeschichtskram gebraucht. Das ist alles, was unten ist, oben. Gut. Wer so schlecht ist das gar nicht, wie es ist. Also, wie es scheint. Gut. Wir basteln jetzt mal Folgendes. Warum geht das jetzt nicht mehr? Hier ist Don't Confedible. Tools Hammering. Ach, jetzt sind die Tools außer Reichweite, oder? Nee, 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 nee. Stone Pot, chemistry jack? Nee. Wo ist mein Hammer? Nee, jetzt mal ehrlich, wo ist mein Hammer? Habe ich den drinnen gelagert? Ranch? Ashgarm? Basic Repacket, Clostick? Stone Hammer, tatsächlich. Dann habe ich hier gelagert. Hm. Weird. Gut. Hier ist auf jeden Fall unser Campfire Place. 40 Rocks und den bauen wir da. Er ist jetzt eine Zeit lang beschäftigt mit, ein paar Steine im Kreis anzuordnen, ist wahrscheinlich, äh, ja, wir haben wahrscheinlich einen nicht vorhandenen, sozusagen, Manus mit perfektionistisch veranlagten Charakter. Also, ich nehme an, dass jetzt sich eine Kordel nimmt und das am Boden exakt abrechnet. So, hier kommt genau hin. Ah, nee, es ist so, ach ja, es muss viereckig sein, dann mussten es die richtigen Steine sein, dann haben sie wahrscheinlich die Steine zurechtgekloppt. Gut, wir haben hier ein Campfire Place. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ein Fire Place, das ist nicht unbedingt ein Campfire Place, aber es ist ein, es ist ein Platz, wo unser Zeug nicht die ganze Zeit abfackelt. Gut, dann werde ich mich jetzt noch um eines anderen, ähm, kümmern. Construction 3, der Charcoal King. Okay, Construction 3, unser Construction Skill ist bei was? Construction 2, 34%. Gut, gut, das ist jetzt nicht das Problem. Wir krabbeln jetzt uns eine, eine, eine Steinaxt. Den Stonehammer können wir hier liegen lassen, aber das wird jetzt nicht so ganz nötig sein. Haben wir hier noch die Stoneaxe, gut. Und wir gehen, wir könnten eigentlich was mitnehmen. Ah ja, noch ganz, get items, jumpsuit, okay, dann lassen wir nochmal drin. Wir gehen jetzt wieder in den Wald holzhacken. Jump, 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 ab mit dem Campfire. So. Willkommen im Wald. Äh, Moment, nee, den bauen wir da wenig. Weil, das ist ein Blackjack Oak. Nee, den bauen wir jetzt erstmal nicht. Gibt's hier irgendwas drin? Ne, wie ist es dich? Ne, ist jetzt nicht wichtig. Gut, dann hier, Chop Down Tree. Gut. Braucht's jetzt eine Zeit lang, bis er das soweit hat. Und er soll in die Richtung fallen. Gut. Damit haben wir unseren Construction Skill. 37? War er wirklich vorher schon 37? Weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall. Wir machen jetzt erstmal die Locks into Planks. So, hier. Den da. Giant Fly. An sich jetzt nichts Nerviges in der direkten Umgebung. Ich frage mich ja, wie man mit Hilfe von einer Axt aus einem Baum stammt. Also, ihr kennt dieses runde Teil. Ne? Wie man daraus Bretter macht. Und das relativ effektiv. Also, ich kann... Ich weiß, dass man die spalten kann. Das heißt also... Wollen wir erstmal kurz auf den Construction Skill gucken. Construction... Ah, gut, wir sind bald soweit. Ähm, wir haben ja... Wenn man jetzt den Baumstamm nimmt. Und man haut in der Mitte von dem kreisförmigen Baumstamm hinein. Dann hat man eine Kerbe. Und das kann man den ganzen Baumstamm entlang machen. Und man kann ja mit Hilfe von Keilen den Baumstamm spalten. Und man kann den dann in zwei Teile spalten. Das ist insofern jetzt nicht das Problem. Aber wie macht man jetzt aus diesen zwei Teilen ein Brett? Also, hm. Da schleicht sich mir noch nicht ganz die Möglichkeit. Weil Spalten mit der vorherigen Methode kann man ja nicht mehr. Weil... Das geht eigentlich nur, wenn das relativ... Ja, sozusagen straight ist. Und sagen wir mal so, die Schnittfläche, sag ich jetzt mal, ist jetzt auch nicht so besonders pralle. 2x4, Splinterwood. Gut, legen wir alles wieder hin. Ähm, die Schnittfläche ist ja an sich auch nicht so besonders pralle. Also, wie macht man jetzt aus diesen... Ja, aus diesen zwei Baumstammhälften... Ein Brett. Oder mehrere Bretter. Robinson Crusoe hat das ja in seinem Buch, also mit Daniel Diffaut. Für die Leute, die es, äh, nicht wissen. Ähm, Daniel Diffaut hat die Robinson Crusoe Bücher geschrieben. Ähm, der hat ja gesagt, dass Robinson aufgrund seinem Mangel von Fähigkeiten... Ähm, aus einem Baumstamm immer nur ein Brett machen konnte. Was ich mir vorstellen kann, das geht. Das kriege ich auch hin. Ähm, auch wenn es mir zu blöd wäre, muss ich ehrlich sein. Aber gut, ähm, wie kriegt man jetzt aus einem Baumstamm mehrere Bretter raus? Das ist eine Frage, die sich mir schon etwas länger, äh, 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 wie soll man sagen, ergibt oder auf sich stellt. Oh, very thirsty, tired and hungry sind wir noch. Das ist, äh, wir machen das noch ein bisschen. Ähm. Erstmal umgegen der Hungry haben wir nichts zu fressen mitgenommen. Ziffix. Wie hoch ist unsere Constructions gehen? Äh, dann machen wir jetzt noch eine Runde, machen wir noch ein paar, machen ein paar Planken. Äh, gut. Na, komm schon. Äh, und zwar nämlich, ähm, in Robinson Crusoe, also Daniel Diffauts Robinson Crusoe, hat er ja so beschrieben gehabt, dass er ja den Baumstamm einfach mit einem Hobel, den er ja in einem Fack gefunden hat, dass er den ja einfach nur weggeschliffen hat. Also, der hat im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ja, wie soll man es sagen, den, das Brett aus dem Baum gefeilt. Also, mir wäre das viel zu blöd, muss ich ehrlich sein. Und wie macht man das jetzt aber mit Hilfe von einer Axt? Na, ich weiß, ich hab gehört, dass es geht. Aber ich hab keine Ahnung, wie. Also, das ist ein Haufen Tubalforce, by the way. Also, da sind wir schon einiges am Transportieren. Gut. Wir sind very thirsty and very hungry. Also, wir sind froh, wenn wir wieder daheim sind. So. So. Haben wir gepacht. So, hier. Jumpsuit, Tubalforce, haben wir alles am einen Haufen. Schön ist. Und wie gesagt, diese Frage ergibt sich mir halt schon ein bisschen länger und, also, stellt sich mir schon ein bisschen länger und ich bin halt sehr neugierig in dem Punkt. Von Schreinereien und so weiter hab ich keine Ahnung. Ich bin Metaller. Also, ich kann Metall auf einem Zehntel Millimeter genau bearbeiten, aber mit Holz, vergiss es. Da bin ich nicht in der Lage, irgendetwas Schönes zu machen. Also, ich krieg, ich kann's verbrennen. Das kann ich gut. Gut, aber erstmal was zu trinken, um wieder zurück zum Thema zu kommen, unsere Überleben zu sichern. Gut, hier, wir sind nicht mehr durstig. Das ist sehr gut. Gut, wollen wir uns schon mal an den Foodleafers verteilen oder, äh, ne, wir probieren, wir weinen unsere Feuerstelle ein. Das ist, glaube ich, ne gute Idee. Wir weinen die mal ein. 2x4, activate, Campfire Drill. So, it brennt. Sehr schön. Okay, Food. Was haben wir nun? Ähm. Instant Salad. Ne. Irgendwann ist das alles nur Kacke, was wir hier haben. Hauptsächlich Tee und Samen, die wir machen können. Uff. Quatsch. Ne, wir sind nicht durstig, das ist ein Problem. Wir müssten mal wieder jagen gehen, Kollegen. Mhm. Ich sehe schon. Wir müssen jagen. Ja, 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 absolut. Guck, Dandelion Greens. Ah, das können wir noch machen. Wie viel haben wir davon noch? Oh, mehr als nur. Gut, machen wir jetzt hier ein Stück mal. Gut, dann nehmen wir aber das dreckige Wasser. Wie gesagt, das gute Wasser immer aufheben. Weil, wenn wir jetzt wieder das dreckige Wasser anfangen zu trinken, dann ist das ungut. Es geht auf unseren Fokus, es geht auf unseren Speed und es geht auf unsere Stamina. Es wäre echt uncool, dreckiges Wasser noch weiter zu naschen. Gut, wir haben jetzt hier mal Löwenzahnsalat. Also, nein, nicht in das Feuer stapfen. Nein, nein, das wäre uncool. Gut, wir haben jetzt Löwenzahnsalat genossen. Ich weiß ja, ich habe das schon mal probiert, aber... Löwenzahnsalat. Gut, wir gucken mal in unseren Garten. Die ersten Sachen scheinen schon... Ah, ihr habt das Auto ganz vergessen. Ah, da hinten, parkt das noch. Ah, hoffentlich ist er... Wir haben das Zeug noch hinten drin gehabt, ne? War da nicht noch etwas Fleisch drin? Ja, ah! Ah, verdammt! Wir haben jetzt tatsächlich das gute Fleisch verrotten lassen. Ah! Ärgerlich! Ah, verdammt! Das ist echt uncool. Ah, verdammt! Ja, mach wieder das Auto zu. Ah! Ah, das gute Fleisch! Gut, das wäre es, sagen wir mal so, es ist von einem Wurm gewesen, soweit ich mich noch insinne. Und es ist dann an sich jetzt auch nicht so, als so das Pralle. Und es wäre sowieso nicht lange mehr gut gewesen. Ah, das ist so ärgerlich, dass wir das ganze gute Zeug jetzt vergammeln haben lassen. Ah, gut, wir naschen mal ein paar Blueberries. So, sind wir voll. Das ist gut so. Gut, dann grabbeln wir jetzt mal unseren Einkaufswagen und gucken mal, ob wir da jetzt noch irgendwas rausnehmen können, was Sinn macht. Was ich nicht in meiner Aufräumphase dann macht, die dann irgendwann mal auf Camp bei euch kommt. Für euch kommt. Get Items. Ne, wir machen das eigentlich lieber so. Und zwar A. All Around. Und für das Vehikel Shopping Card. Genau, die Remington, die Smith & Western, das Two-Way-Sword bleibt drin. Die Crowbar bleibt da auch drin. Ähm, South, South. Nee, East. East müssen wir. SUV East. Gut. Gut, gut. Ähm, der Large Fire Extinguisher, den packen wir da ein. Den Leiter lassen wir auch mal drin. Die Makeshift Crowbar bleibt auch drin. Matchbook bleibt drin. Säulen Kit nehmen wir mit. Small Fire Extinguisher. Die ganzen Klamotten nehmen wir mit. Und dann auch die, ähm, Maske und den ganzen Kram. Cola und den ganzen Rottenfleisch. Oh, das ist so ärgerlich, dass wir das vergessen haben. Oder ich vergessen habe. Aspirin, Bandage und Koffizipillen. Ähm, Blueberry Seeds sind auch wichtig. Military Black Box. Toaster, noch ganz wichtig. Ammonia, Soapbar, Battery, Long String, Lamp of Steel, Shotgun Hull, Soldier Threat. Die Auto-Teil lassen wir auch mal drin. Und die Armor nehmen wir auch wieder mit. Gut. Gut, 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 gut. Jo, das Zeug lassen wir auch drin. Gut. Äh, ich ärgere mich gerade noch so ein bisschen Axt ja darüber. Über meine Vergesslichkeit. Äh. Gut. Was schmeißen wir hier hin? Hier schmeißen wir... Dried Meat. Ne, das sind alles noch gute Sachen. Den Toaster. Checker von Ammonia. Long String schmeißen wir hin. Lamp of Steel schmeißen wir hin. Den Thread schmeißen wir hin. Schmeißen wir hin. Soldier. Hm. Gut. Dann hier kommt dieses Rottenzeugchen. Ihr seid so verrottet bis in den Kern. Gut. Das ganze Meat. Oh, das war gar nicht mal so wenig. Das stimmt, das waren ein Wolf und ein Wurm, soweit ich mich... Korrigiert mich, falls ich mich irre. Gut. Ähm. Bam, 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 bam. Hier sind meine Waffen. Da kommt die Smith & Western hin. Und warum ich so Gottschall-artig spreche, ist mir auch jetzt nicht ganz klar. Allerdings weiß das sowieso niemand, warum der taktet wie Sau. Aber gut. Naja, wo haben wir jetzt die Smith & Western? Die müsste doch hier unter ganz genau hier. So, ne. Gut. Dann Tools. Da haben wir jetzt auch einiges an Graafi. Okay. Tools, Cashcard, Art Freirex, Ding, Assign, Kit. Man weiß. Man weiß. Nudel, nudel, nudel. Nudel, 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 nudel. Nudel, 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 nudel. Ja. Ich komme mir vor wie dieser komische alte Mann bei... Äh, wie war das nochmal? Ghost Rider. Der alte Ghost Rider. Der nuschelt auch in seinen vorhandenen Bad hinein. Und so weiter, ne? Nee. In der englischen Version habe ich mir das mal angehört. Da ist der noch viel, viel schlimmer. Ja, da habe ich schon so viele Leute gehört, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie den nicht verstehen. Ich habe mir vor das auch so gerne, wenn der letzte Ami sich seine Kollegen nicht versteht. Für mich klingt das ja immer so, wenn ein Amerikaner spricht, dann muss ich jedes Wort durch den Sumpf von Miami bahnen. Sonst ist das amerikanischer Akzent. Gut, da haben wir hier noch andere Zeug. Da ist eine andere Military Black Box. Ähm, so. Hier gehen noch... Heistick, Compression Shorts. Okay, das sind Klamotten, die jetzt auch nicht ganz so... Ja, die tun wir auch da mit der Armor. Das können wir das. Und rubber gloves und so weiter. Tun wir da auch hinein. Ähm, Chemie-Grafik hat aber woanders. Das hier, da sind Nahrungsmittel, da sind wir auch gleich dabei. Ähm, Ammonia, Can of Beer, Salt, Drugs, Food. Gut, dann haben wir hier. Wollen wir alle mal hin. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ich habe die Military Black Box vergessen. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis nicht vorhanden. Also weder ich noch mein Doktor... Ja, da habt ihr es schon, ne? Ich rede schon nicht mehr weiter, ich blamier mich nur. Naja, gut. Die Stan. Ähm, dann hier. Black Worms. Genau, das waren Klamotten, die ich ausgezogen habe. Haben wir den hiesigen Strippy hingelegt. Schade nur, dass ich ihn niemand gesehen habe. Weil sonst macht der Strippy nicht viel Sinn. Advanced... Ach genau, der ist eine USV ist das dann. Also, ähm, was ich meine. Ist, und zwar nämlich... Ich habe ja eine Zeit lang bei der UPS... Äh, für mich ist das ein Lieferdienst. Ähm, aber das heißt im Deutschen nicht, äh, UPS, sondern USV. Und, ähm, daher war ich so extrem verwirrt, äh, als ich das letzte Mal darüber gesprochen habe. Und, ja, eine USV ist im Prinzip nichts anderes als eine Batterie für deinen Computer. Ähm, die Shotgun... Ah, Moment, die Shotgun-Halli kommt da nicht hin. Die Batterie kommt da schon hin, das macht mehrer Sinn bei der Elektronik. Die Shotgun-Halli kommt da hin. Wer weiß, wann wir einen Handloader finden. Ne? Ja, ist ja nicht ganz uninteressant vor allem. Es wäre schon cool, wenn wir wenigstens unser Zeug wieder... ...wiedergewinnen könnten, das wir verballern. So ein bisschen, wie soll man sagen, nachhaltig wirtschaften. Das wäre ja nicht so cool. Und die Ammonia-Zeug kommt hier hin, glaube ich. Tun wir es einfach mal da hin. Gut. Damit ist unsere Shopping-Card leer. Und das Auto relativ auch. Relativ, ne? Alles ist relativ, wie Einstein so schön gesagt hat. Mein Raum ist also... Mein Zimmer ist auch nur relativ sauber. Also, ich halte mich an Einsteins Gesetze. An die Jungen unter uns. Dieses Argument könnt ihr nicht eurer Mutter gegenüberbringen. Ich hab's versucht. Ich halte mich nur an die Naturgesetze. Schön ist ja, dass die Naturgesetze es tatsächlich sagen. Entropie. Entropie bedeutet im Prinzip nichts anderes. Das ist ein Begriff aus der Thermodynamik, by the way. Entropie bedeutet nichts anderes, als wenn du Energie aufwendest, um etwas zu tun. Und das Verlacht über die Gesetze der Thermodynamik, entsteht dabei irgendwo Chaos. Das heißt also, du als Mensch, der unter den Gesetzen der Thermodynamik unterliegt, wenn du irgendwo Ordnung machst, verbrauchst du Energie und erzeugst damit woanders Chaos. Und um das Chaos zu reduzieren, mach einfach nix. Diese Logik wollte sich meiner Mutter nicht ganz erschließen. Gut, dann lassen wir das Ganze mal, dieses Nerdgefasel, und legen uns jetzt hier mal ein bisschen hin. Es ist sowieso jetzt schon mittlerweile 22 Minuten hier in-game, also in-in-in-part für euch sozusagen. Das heißt, es ist ein guter Punkt, um langsam mal das Zeitliche weiter zu segnen für diesen Part. Warum wachst du jetzt auf? Du fühlst nicht well-restet und den ganzen Kram, du bist durstig. Und deine Beine funktionieren wieder. Alter, deine Beine! Aber gut, das lassen wir erstmal darüber diskutieren, wie ein andermal. Wir haben noch einen Charcoal-Kirn zu tun, äh, zu bauen. Aber das erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Fertigott! B martinet! B martin!